... mit dem Laborverkünftigen Beziehungs des Instituts Wirtschaftsleben organisiert. ... mit dem Korruption von Wirkung konfrontiert durch die selben Geschwindigkeit... ... und nach einem hart Erkämpfungszieg bei der Parlamentswahl auf seine fünfte Amtszeit zurück. Super! ... mit mehr als über 90% der Stimmen ergab es zwar am Mittwoch mit 25% von 30% ein Herzgeschmissen... ... mit der Liste blau-weiß ist das Gäste aus Bödam anzunehmen. Oh mein, das ist so bad, oh, oh. Not bad. ... präsident, Reopol, Regen, das ist so trautend, während der Ausbildung mit Autos gesaugt. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat zu sagen, ausgesprochen, ...und deshalb sind wir auch, der nur, dass die britische Premierministerin uns ihre feste Absicht noch einmal versichert hat, gemeinsam mit der Opposition im Unterhaus einen Ausweg aus der schwierigen Situation zu finden und sie hat deshalb nur eine Verschiebung des Auskunftsdatums bis zum 30. Juni gebeten. Als Bedienung nannte sie einen ordnungsgemäßen Adler der Europarei. Das Neuseeländische Parlament hat mit nur einer Kommission eine Verschärfung der Vakuumgesetze beschlossen. Wie man, dass die meisten politischen und hat auf einem politischen Vakuum-Systeme zu berufen und zurzeit die Leute mit den anderen erworben.